ARD Text im Auftrag von Funk Zu kaum Da kann ich nicht mehr schnell genug zur Krähe hin, schade eigentlich, aber egal Klack, 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 klack. So... Jetzt kann man ein neues bauen. wir können das true roll bauen und können durch die nacht schlafen wir können ein temperaturmesser bauen wir können steine machen damit können wir jetzt ein das wäre jetzt ein blitzableiter den brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht also ich brauche ihn zumindest nicht und wir brauchen noch zwei robes und die können wir eigentlich auch machen zwei robes damit kann ich jetzt bauen ein rainometer eine strong street protect you from more damage wo ich könnte bauen ein top hat ja ok wir bauen uns mal ein rainometer wir stellen das mal ja rüber ok wir können uns bauen ein moment wir können noch was bauen immer noch ein rigging rod ich würde aber gerne rot ein alchemie engine einfach nur vier sachen ok fine eins zwei jetzt mal noch holz 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 so was ein schwein ist ganz cool so richtig viel holz sammeln ich bin auch sowieso ein bisschen mehr immer noch die kohle mit der kohle kann man auch noch die feuer beheizen dann kann ich die holz das holz aufheben für was anderes das ist eine option das ist eine option naja dann glaube ich erstmal eine kleine aufnahmepause machen weil sonst nehme ich zu viel auf und dann ja ist das halt so so heute haben wir jetzt erstmal genug kommen wir drunter vögel sind übrigens immer noch drin ich weiß aber würde ich gleich raus das dauert noch ein bisschen das also mich engine und damit kann ich jetzt hier noch was neues bauen und zwar eine im blut form Soooo Moment Na komm So, super Hier noch kurz Hier noch kurz Ganze 16 erreicht, es wird jetzt langsam knapp, es wird bald der Winter kommen, wir brauchen jetzt richtig viel Zeug Und jetzt haben wir noch eine Improved Farm, eine neue Und da haben wir noch was gefunden, gefangen Ja, rein da, rein da Und den füße ich in die Kiste Genau, William So, was wir noch bauen können hier Wir können momentan noch bauen, eine Falle, eine neue Aber welche ist das? Eine Angel können wir noch bauen, brauchen wir aber gerade nicht Und wir können noch bauen Einen Bart, äh, Barter, also einen Enthaarer, aber auch den brauchen wir nicht Und ich würde sagen, hier mache ich erstmal Obwohl, äh, Mensch Hier warten noch die Nacht ab Ich gucke, ob ich noch Scheiße finde Scheiße Keine Scheiße Na gut Und eine Hay-Wall können wir momentan auch nicht bauen Sleep Das kostet richtig viel Nahrung Okay, bis zum nächsten Mal Tschüss Und damit herzlich willkommen zurück Ähm, ich muss die Ankündigung hier immer ein bisschen, äh Na, komm her Immer ein bisschen schwerer, schwerfälliger ausfallen lassen Ähm, Moment Wir haben Puff noch, genau Ich muss die Ankündigung hier immer ein bisschen schwerfälliger ausfallen lassen Also einfach im Grunde, dass, äh Wir ja hier auf Zeit spielen Und ich mich immer erst zurechtfinden muss So, jetzt habe ich mir erst zurechtgefunden Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen, herzlichen, guten Tag Oh, den Kevin Maus darf Ähm, dann erstmal halt Oh, wir haben sowieso gerade ziemlich woher weg Dann erstmal halt Oder kann hier das Tor grad noch ein bisschen was? Genau Super Dann nehme ich jetzt mal her und tun ganz kurz Guck mal her Chester Guck mal her Chester Ja, gib her So, wo ist es? Da ist es Und braten So, dann braten wir noch das da, was auch immer das ist So aus wie eine Dragon Fruit Ja, die sind übelgeil Die Dragon Fruits ohne Mist Die sind richtig cool Äh, hast du gerade noch Samen Chester? Nein, das nicht Ah, das ist ein Samen, das ist ein Becker Vogel So Und da hinten sind Samen Den Vogel lasse ich jetzt mal gerade Ich wollte gerade sagen, haben wir überhaupt eine Axt Und da liegt das bei der Axt im Wald Ich bin nämlich hier wieder wieder Axt im Wald So Dann wollen wir mal Ein bisschen Holz absammeln Denn dann werden wir brauchen im Winter Ich weiß immer noch nicht echt Ich weiß nicht, wie der Winter funktionieren wird Ich hoffe, wir machen keinen Fehler Äh, herzlich willkommen was Ähm Ich hoffe, wir machen da echt keinen Fehler Und ich hoffe, wir haben auch alles Wir brauchen so eine komische Türmel Weiß nicht, was es ist Es ist irgendwas, was im Winter ist überlebenssicher Das habe ich schon mal mitbekommen So nebenbei Achso, die Axt ist kaputt gegangen Ich weiß aber nicht, wie man die bekommen, die Dürmen So müssen wir schauen Ich hoffe auch, dass die Bieser uns über den Winter nicht verschwinden Und dann nicht mehr da sind Weil dann müssten wir uns ja komplett neue Biesernherde suchen Was und ganz schön das Genick brechen könnte Das heißt, wir müssen auf jeden Fall so viel Bubz noch sammeln Also so viel Kacke Dass wir über den Winter kommen Und wir werden nochmal hochgehen müssen und die Kohle sammeln müssen Denn wir werden über den Winter viel Kohle brauchen Weil uns wird eigentlich prinzipiell kalt sein, nehme ich an Auch die Tantsapfel können wir alle verbrennen Das ist dann kein Ding Hier mal probieren Ich habe kurz den Baum hier noch ab und probiere ich mal ganz kurz, ob ich diesen Pilz da Ihr seht den gerade so rechts unter mir Ob ich den eventuell Ne, geht nicht, okay Ich dachte, hier kann ich rausholen mit der Weil, kann man ja irgendwie nicht rausholen Oder geht das mit der Schaufel? Ich weiß es gar nicht Okay, jetzt geht es nämlich los hier Äh, dann kommt mal das, das und das da rein Und dann habe ich wieder Platz zum Aufsammeln Von Items So, da ist wieder So Das ist jetzt schon ein bisschen größer Ich hoffe, ich darf jetzt hierher ohne zu sterben Ich kann't do that Doch, ich glaube, du kannst das schon So Super Ähm So So Jo Und da ist, äh Selbst auf die riskante Gefahr hin, dass die nicht angriffen werden Nehme ich dieses Ding mit Diese Samen, denn die brauche ich So Und dann schauen wir jetzt mal Und zwar möchte ich mal, ich glaube, das ist wahrscheinlich Science Was haben wir hier noch? Einen Diving Road Ach, die Weining, okay Was ist die Weining? Keine Ahnung Schießpulver Lightning Road, okay Was haben wir bei Tools noch? Äh, ja, die normalen Luxus-Excel und so'n Spaß hier Nichts Besonderes Razor Build Aber habe ich das schon Drop Ich könnte schon mal Drop Stonewall ist es vielleicht Survival Honey Pulties Healingsolve Healingsolve Piggyback Compass Backpack Haben wir auch noch nicht Piggyback Forall 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 Tent Ein Zelt Das baue ich mir Ähm Flink Und der Spaß kommt da mal rein Ähm Ah, da ist die Halbbarkeit auch gestiegen, das ist natürlich sehr, gell Super Supergut Dann komm das ja wieder rein Was haben wir hier noch, haben wir noch einen Vogel, nehmen wir mal mit, den du mal hier zu schlachten Da bekommen wir mich draus Da haben wir noch Das würde ich gern, nächstes Spiel mal ausprobieren mit den Augen, aber, ja nächstes Mal